liebe freunde willkommen zurück hier gegen leicester und so schauen was er spielt waboku ich seh es schon ich seh es vertrauenswächter diese karte kann nicht das sind immer wieder benutzt werden also für die sinne beschwingung als sie muss der schuf sie wurde höher aber spiel zu kann das sind muss ich konzentriert werden jedes mal mit dieser effekt angewendet verliert das immer wieder mit selbst 400 artikel aus klar jetzt mir immer noch nichts weil ich keine normale monster habe also eigentlich nicht haha es ist sehr zum heulen mein gott nein hey es ist so es ist zufälligerweise nicht das ist diese meckler zerstörungskarte hoho ho ho allalala dann man ja ja ich nehme das hier sind wieder speziell schon es kommt wieder eine zählmarke ja jetzt kommt natürlich alles klar ja gut ich würde sagen ich würde gerne dass sie noch beschweren und zwar damit ich dann gleich den runden aubertrag machen beschwören die beschwöre warum geht es nicht ach so das stimmt jetzt habe ich ein größer jetzt habe ich ziemlich den großen fehler gemacht ich werde einfach stolze mit stolzes gebrüllen drüber laufen was ist mich verarschen ich will den ich habe werfen alles wenn ich von dem plan gewusst hätte hätte ich die auch noch in den angriff genommen das ist doch so dumm guck sie mal guckt es dir mal an was ist das bitte für ein feld es gibt ja natürlich konnte nie beschweren nie ähm da tausend neunhundert da muss ich noch in den angriff bewegen aha oh wer hätte es gedacht war ja klar dass er das nicht durchlaufen lässt hehehe oh man sowas gibt es doch nicht ja jetzt wieder da war boku hey also spiel jetzt reicht es denn jetzt kannst du dich bitte mal entscheiden wie ich gewinnen soll oh nein er frisst den schon oh ich würde sagen das war es dann für läster ja der resonator hat er besiegt hey nee ey jack konnte läster abfertigen jetzt muss der gegen das nächste mitglied des 10 new world ran primo ja ja schon gut der immer und der maschinen ich hoffe dass du bereit bist an den gleichen platz gesendet zu werden wie läster du hast ein ziemlich großes maul für so einen kleinen wurm ich will nicht ich will alle mal zum schweigen bringen ich will alle mal zum schweigen bringen hoffentlich nicht das sind mir nämlich gar nicht gefallen ja danke man, nein, nein ok aha ja äh ja ich liebe es könnte nicht besser laufen könnte nicht besser laufen mhm also das erste was ich mache ist mir ist was ist denn aus und ja oh noch eine mehr wow ho ho ei ei da ist man ja mit der vielfältigkeit noch einmal gestiegen außer er war vorhin schon drin habe ich nicht nein oh ei 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 das gibt es ja nicht ey wie dumm kann man eigentlich sein haha oh shit ja jetzt darf ich das da machen und das da und nein das nicht haha oh ich bin so ein idiot ja natürlich da gebe ich sie halt auf die hand zurück silke arsch ja 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 wir kennen das langsam haha mein gott ahem fuck ich hätte stolz das körperl machen können verdammt soll ich jetzt ne vielleicht hat er noch ein stärkeres monst und kraft damit an das nur um angst zu machen dass die cpu auf solch ansicht drungenst taktiken oh ah kein anderes was tada herbe warum macht er mir nicht den schaden ja das ist so klar ey was habe ich heute getan dass das leben so scheiße zu mir ist hä das war ganz im ernst das kann doch nicht wahr sein ja nein ich nehme den auf die hand wegen des noten oberdaten vielleicht komme ich ja dazu ähm ich muss etwas in den angriff tun weil er wird mit dem angreifen wenn er nur mit dem angreifen kann sonst kann ich immer noch den aktivieren stolz ist gewöhnlich zahlt ziemlich viel ja aber nein ja jetzt dann nochmal nein wettelweißer läuft kann man glaube ich immer noch nicht nö ja tada bam nein oh verdammt habe ich voll vergessen ach ey was ist los was soll die scheiße das war ganz im ernst was soll das ich setze sie noch um die Welle nicht niedlich sieht er ja aus ja ich glaube trotzdem an mir doch egal und es gibt sogar ja es kann ein spezialbeschwerter wow ähm ja und da kam schon ein Phantom ha 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 nein nö nicht dein ernst nein nein immer noch nicht ja ey ey ja ich würde sagen das war's dann ey Jack alter was ist mit deinem scheiß Deck los oh fuck nein ich hätte ah verdammt ja das ist eben das Problem Leute ja das ist eben das Problem Leute ja ich hab sowieso heute bin ich jetzt nicht grad so sagt man so ganz übelst konzentriert weil ich hätte eigentlich die beiden Fallen aktivieren können dann wäre beide Monster zu stück gewesen und ich hätte nur noch auf ihn ein Ballern können und dann wäre es 12 für mich entschieden gewesen aber ich hab vergessen x zu drücken um zu um die um die Fun Karte zu triggern dumm gelaufen aha ja boah das sind ja andere Karten wurde kurz das Deck ausgetauscht oder was ist los hast du keine Monster kontrolliert kannst du diese Karte speziell ja logisch ha 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 Standby Phase alles klar Weiler ist auch ganz lustig also ja das Problem ist ich hab kein sechstufiges Empfängermuster ha 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 aber ich werde den Tricky werde ich beschweren ok nein nicht unbedingt ich hole mir den Resonator oder den nein den dann hat das Viech noch 300 mehr das ist jetzt so fast das ist jetzt so fast die Spezialhand also die beste Hand die man haben kann Starthand einfach so kurz ein roter ein Erzunterbilder rastbatchen selbst wenn er den anderen beschwert habe ich Weiler um den Effekt zu analysieren ah ha 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 so das war's dann hm hm ok Waboku das ist jetzt so richtig undurchschauber Kollege ja Cyber Dragon will ich jetzt sicher unbedingt da werfen und Weiler will ich nicht verlieren ja ok frisch einfach die 3300 so kann man's auch machen aha aha ja ja ich beschwöre den Tricky doch nicht weil reisende Tribute und so weil er frisch die 3300 schon wieder und da muss ich jetzt nicht sagen dass er nicht reisende Tribute dort unten hat alles klar was ist das das gibt's einfach nicht das kann nicht sein Jack besiegt auch Primo aber Team New World wird bald ihre wahre Macht offenbaren hehehe alles klar törestes Begegnis begrenzt Entfernen Sieg oder Verderben Obwohl Jack zwei Mitglieder des Team New World besiegt hat wurde er schnell von dem dritten Mitglied Jacob abgefertigt Defeated das Schicksal des Team 5 das Schicksal des Team 5Ds war wieder in USAs Händen Jack offenbar seine wahren Absichten und ein Blick in die Zukunft zum Team 5Ds Du hast keine Vorstellung Hei Gott Du hast keine Vorstellung von den Kräften denen du entgegentrittst oder? Nun erlabe mir es dir zu zeigen Wo sind wir? Trauen wir? Das ist kein Traum, das ist die Zukunft Die Zukunft vom Ort den du New Dominion City nennst Die ganze Welt ist zerstört, was ist das? Unsere Zukunft? Als Kettenreaktion du nahe eine Reaktion das alles mit einem kostbaren Synchromonster begann Ich hätte dir zeigen wie Synchromonster die Welt übernahm und die Menschheit zerstören Als sich Dueller weiterentwickelte, entwickelt sich die Welt mit ihr und mit der großen Populität des Synchromons kam großer Wollstand Die Menschen entwickeln sich die genossen Synchromonster so sehr, dass die Aktivität eine enorme Menge an Energie erzeugte Aber es gab einen hohen Preis zu bezahlen und ratet mal wer es bezahlte Wir Die Menschen erstellten so viel Energie Der Energiereaktor konnte mit solch einer großen Mengen an Energie nicht umgehen Der Energiereaktor ist also Kontrolle gehalten, was zu einer weiteren Zero-Reverse-Katastrophe führte Dies ist der anderen Energiereaktor weltweit mit Überspannung Die Welt, die wir kannten, wurde zum Schlechten verändert Du lügst! Ich werke mich zu glauben, dass ein Zero-Reverse wieder passiert, Jacob Du kannst gerne alles ablehnen, was ich sage, aber es ist die Wahrheit Ich weiss es, weil ich dort war, you say Ich weiss es, weil ich aus der Zukunft bin Ich sah alles aus erster Hand geschehen Also ist das wirklich unsere Zukunft Du hast ein schreckliches Bild gezeichnet und schiebst alle Schuld auf etwas, wo ich meinen tiefsten Glauben drin habe Sinn für Beschwörung Dann ist der Glaube falsch gesetzt Wie jede große Macht könnte es grossen Schaden verursachen, wenn sie missbraucht wird Aber wenn Tugendhaft verfochten, kann es Gutes schaffen Ja, das ist, was jeder sagte, bevor die Welt zerbröckelte Das ist falsch Unser Schicksal ist nicht gesetzt Und ich werde es beweisen Es ist klar, dass du nicht verstehst, wie das Schicksal funktioniert Es ist nur gewiss, deine Aktionen haben dabei geholfen Ich bin jetzt gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen Die drei von uns werden jetzt kombinieren Endlich kann dieser Kampf mit all unseren Kräften gekämpft werden Und in einem schicken Paket Wer bist du? Apurian Ich bin Apurian Ich werde New Dominion City von der Lackkart erwischen Bist du nicht ganz bei Sinn? Millionen von Lampsen leben hier Sobald ich dieses Duell gewinne, wird die CD zerstört und meine Zukunft wiedergeboren Ich habe gesehen, was für uns alle auf dem Spiel steht und ich werde nicht daneben stehen und die Zukunft im Stich lassen Also sei bereit zu sehen, weil es wird jetzt alles beendet Plötzlich Plötzlich begann eine massive Struktur als heiliger Tempel bekannt, am Himmel zu scheinen Er begann sich langsam in Richtung New Dominion City abzusingen Wenn der heilige Tempel auf den Wunsch stehen sollte, wird es die gesamte Menschheit von New Dominion City zu sehen Ja, dann besiegen wir den doch schnell Oh Mann Ja Ja, 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 aha Oh, plötzlich 15 Karten, ne? Oh, Verstärkungskrieger Durchbruchfähigkeit Wenn ein Offenmonster-Effekt muss das sein gehen Oh ne, bis zum Ende des Spielzugs, die Effekte des Offenmonster-Skins Wenn ich an deines Spielzugs aus dem Ende des Spielzugs Wenn diese Karte auf die Fülle gekleckt wurde Du kannst diese Karte von New Dominion City verwandeln Ah, ja, ja, ja Also Doppel, ähm Verwendung Diese Karte ist gewährt Nicht schlecht Mhm Ah, nicht schlecht Äh, okay Mhm, mhm Äh, äh, äh Äh, äh Okay, beschwert nichts Stimmen, wuhu Ist immer gut Ja, natürlich Scheiße Ja, Verstärkung für die Armee Mann Was ist der Scheiß? Nein, nein, warte Das geht 1,9 Das gibt ja 2,5 Okay, aber die kann ich nicht mehr Okay Ich bin sogar geschützt Äh, ja, ja Gegen, äh Meklod Scheiße, weil Ich kann den Effekt eines Monsters sammeln Ja, genau Unnötig in E-Main Phase 2 Kennen wir Also, anfangen tut's ja mal nicht schlecht Aber er hat einfach nur zu viele Karten auf der Hand, dass ich sagen könnte, ich gewinne Das ist ein bisschen das Ding Das ist ein bisschen das Ding Oh Wäre auch noch lustig, hä Wäre auch noch lustig, hä 3600 Ja, warum nicht Oder soll ich's behalten? Hm Ähm Alright Ich, äh Ich belasse das so Ja, jetzt hat er Monster gezogen Äh, nö Nein Ich weiß schon, was er damit erreichen will Er läuft ja nicht ohne Grund einfach so rein Ähm Ja, ich kann eh nix aktivieren Ahaha Limiter Anders kommt er nicht drüber an Tja Leute, ich würd sagen Wir besiegen schnell Aporia hat sich bewahrt Außer er macht das natürlich reißende Trug Dann bin ich am Arsch Das reicht nicht Allerdings 600 Nein, das wird auch nicht reichen Also ich muss dir beschweren Ah Aha Wuhu Baboku Nein Tja, ich würd sagen, das war's Hey, was ist es? Ich habe versagt New Domino City und seine Mästen sind sicher Du hast es geschafft Nicht ich Alle von uns Das ist richtig Wir haben es zusammen gemacht Okay Alles klar Gut Mit dem Stromschwimmen, Leute, ich würd sagen, die nächste Saga steht uns bevor Nämlich Dich Mit Galexia ist und so Und ich würd sagen, bis zum nächsten Mal Da fangen wir dann gleich an Mit Mit dem Stromschwimmen Ciao Leute, bis zum nächsten Mal Euer Epic Trader Tschüss zusammen